Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast. Heute gibt es wieder ein kleines Transfer-Update für euch vom Meister Red Bull Salzburg aus Österreich, denn die haben sich nämlich die Dienste des 16-jährigen Roko Zikovic aus Kroatien gesichert. Und wer dieser Mann überhaupt ist und warum er zu einem der größten Talente im Defensivbereich gerade zählt, das klären wir jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Es ist ja weitreichend bekannt, dass Red Bull Salzburg ein sehr gutes Händchen für Talente hat und er scheint auch bei diesem Herrn der Fall zu sein. Ich denke, die meisten von euch werden ihn nicht kennen. Hier aber ist eine kurze Biografie. Also Roko Zikovic kommt aus Grazien, ist 16 Jahre alt und ist ein Innenverteidiger. Und er wird jetzt voraussichtlich erstmal, weil der Dien ist mittlerweile schon offiziell von Salzburg gemacht worden, in der U18 vom Stammverein Red Bull Salzburg spielen. Der junge Kroate ist mittlerweile Kapitän der U16-Auswahl des Kroatiens, also der Nationalteams, und hat auch im Herbst den Ratko Marković Cup ein Nachfolgs-Sanier für die Nationalmannschaft in dieser Altersklasse gewonnen. Und dadurch wurde Salzburg auch auf ihn aufmerksam. Ich kann euch jetzt gar nicht so viel über ihn sagen, weil es ist sehr wenig bekannt über den Herrn. Es ist mehr ein kroatisches Top-Talent anstatt ein österreichisches, aber wie wir alle Salzburg kennen, oder generell die Red Bull-Philosophie, werden die da schon einen sehr guten Spieler verpflichtet haben. Wie gesagt, er wird erst einmal in der U18 spielen, aber in Kroatien gilt er als einer der besten Defensivmänner des Landes und soll auch bei Salzburg zusammen ausgebildet werden. Also wir können uns in Zukunft auf jeden Fall auf einen sehr guten kroatischen Innenverteidiger freuen. Das war es auch schon mit diesem kleinen, aber feinen Transfer-Update-Video. Also Salzburg hat dann mal wieder ein sehr interessantes Talent geholt. Wie gesagt, es kann nur die Zeit sagen, ob das dann wirklich gut funktionieren wird. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und Salzburg ist halt sehr, sehr gut in der Sparte, dass sie junge Talente holen und ausbilden. Deswegen kann man da schon davon ausgehen, dass er auf jeden Fall einen wichtigen Faktor spielen wird in den Zukunftsplänen von Red Bull Salzburg. Was ist eure Meinung dazu? Was sollt ihr generell von dieser Red Bull-Philosophie junge Talente kaufen, holen und dann zu Topstars ausbilden? Es ist ja wirklich oft funktioniert mittlerweile. Es ist natürlich auch ein sehr genaues System. Da brauchen es sehr viele Scouting-Abteilungen. Und ja, ich wollte mich auch mal für den Support bedanken auf die letzten Videos. Da war sehr viel Nettes dabei, sehr viele nette Kommentare. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr den gerne abonnieren und dem Video ein Like geben. Und wenn ihr noch was diskutieren wollt, könnt ihr es gerne in die Kommentarspeile schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao. Bis bald. 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 Vielen Dank.